So, ich nehm jetzt auch wieder auf, moin moin und hallo und ja, geht einfach weiter, so. Ja, geht einfach weiter, Freunde. Mehr brauch mal nicht sagen, es ist einfach, es ist einfach geil. Auf was schießt der da, auf Wolken oder was? Ne, den Blackhawk und der geht down. Oh, war das ein Spruch, Alter. Dafür kriegst du heute die, das geht auf jeden Fall, 5 Euro in die schlechte Wortspielkasse. Hab ich schon, Sarah. Alter, ich bin tot. Meinst du, das macht's besser? So. Die, 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 die. Wer ist eigentlich Dings? Ich bin jetzt nicht mehr. Ach ja, Dado ist Squad Leader. So wie sie es gehört, ne? Ja, da musst du auch markieren, du Penner. Wie kann ich denn den Squad Leader abgeben? Gar nicht, das geht nicht. Deine und ich machen jetzt einen neuen Squad und jetzt joint alle da rein, dann bin ich Squad Leader. Nee, aber gar nicht cool. Ich finde das diskriminierend. Was machen wir denn jetzt? Neues Squad oder was? Nee, nee. Nein. Du kannst doch rein, wir sind doch, man kann doch finden was drauf machen. Ich kann nicht mal spawnen bei euch, was macht ihr? Achso. Gut, alles klar. LOL. Ja, natürlich, erst mal direkt spawnen, direkt mal auf, was du bekommst. Ich hab hier Dingens markiert, ne? Ist richtig, ja? Ehm musst du markieren. Oh, Scheiß. Ja, du? Ich war grad down, kann ich noch markieren, wenn ich tot bin? Nee. Ja, siehste. D, ja? E. E? Oh, der Tank geht down. Oh, der Tank ist down gegangen. Oh, der Tank ist down gegangen. Oh, oh, oh. Ja, aber wenn ich jetzt hier Leute markiere, geht dann meine Markierung auf E weg? Nee, 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 nee. Okay, das wollte ich nicht. Nee, du musst dann nur kurz Q drücken, wenn du wen markieren willst. Ja, gut, gut. Das ist ja was anderes. Neue Markierung, D? Ja, ich weiß nicht, E wird grad, ja, D wird wieder, alles klar. Perfekt. Ja, Dado macht das gut. Uuuuh, die hab ich gefressen. Die hab ich auch komplett gefressen. Wer saß mit mir im Tank? Ich stand leider daneben. Ja, Colin, ich spawne... Nee, bei dir zu spawnen, ich glaub ich bin mir gar nicht so ne geile Idee. Der Tank wurde ich mir gefahren. Mit der Granate hole ich ihn. Alter, was geht hier ab? Der Tank ist da oben. Der Tank ist pulverisiert worden. Der Tank. Der Tank, ey. Third-First-Person-Shooter. Entschuldigung. Vorne, rechts. Du, hast du grade Entschuldigung gesagt? Aus Spaß. Du, ehrlich, ich wollt grad sagen, seit wann sagst du denn Entschuldigung für irgendwas? Zu anderen Leuten bin ich nett. So. Also noch C. Das Team, das andere Team kann nicht schlechter sein. Immer die selben Leute, die hier spielen. Ja. Geil finde ich die Spiegelung in der, äh, muss ich sagen, in den Scheiben. Das ist, das ist, das ist überhaupt das Spiegel in den Scheiben. Du meinst, das acht hier leise. War da oben auf dem Dach, Basti? Ja, dass er auf dem Dach warst. Wie, auf, ach, was für ein Dach? Oh, das geht auch nicht. Kannst du schlecht einschätzen mit dem Zeroing. Zeroing? Alter, wie kann der nicht drauf gehen? So, ich geh jetzt, ich geh hoch zu, äh, äh... Linker D. Kann ich drücken? Ah, jetzt. Okay, andere Tür? Ja. Ich geh die linke Seite. Okay, rechts. Komm, der landet nicht auf dem Haus. Komm da runter. Kann man den Fallschirm nicht einfach zerschießen? Fuck, ich hab den noch gehabt, glaub ich, aber ich bin dann auch drauf gegangen, scheiße. Oh, ich bin schon, ich bin, ich bin nicht als er, ich bin als einziger auch. Ne, ich bin nicht als einziger. Es gibt noch einen, der hat auch den zweiten schon. Verrecke. Ist meine Markierung noch drauf? Ja, ne, die bleibt mir nicht. Jaja, die bleiben. Bleibt mal jemand am Leben von euch, bitte. Nein. Vielleicht war Sucker hier oben. Kann ich denn die Brücke hier drücken? Was macht das? Dann geht das, diese, diese Pöller gehen hoch. Ähm, Leute, bei mir ist der komplette Screen weg. Äh, was? Du hast jetzt kein Bildschirm mehr, das tut mir leid. Also, jetzt bin ich, jetzt, keine Ahnung, was das für guckt. Alles schwarz gewesen bei dir einfach? Ja, auch. Einfach Escape drücken zweimal. Das hab ich voll auf. Automatisch wieder. Alter. 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 Alter, wir alle auf den Fahrstuhl, Fahrstuhl ballern. Alter. Ist halt in einem Fahrstuhl drehen. Alter. Ich bin nervös. Hier ist Säcke. Der andere ist auf da. Ich schieße dich im Wagenzieher. Das wird zum Running Kick, ey. Da andere Seite wieder. Alter. Und sei stecken geblieben, ne Donnie. Rechts hinter der Wand ist, glaub ich, direkt einer noch, oder? Ne. Ne, der ist down. Rechts von euch. Ja. Zwei Stück. Zwei Stück. Kann mich einer retten? Ich versuch, ich versuch. Kann mich einer retten, ey? Was hast du denn gespielt? Nein, du bist weg. Du bist weg. Oh, da ist der Hedi. Lol. Oh, shit. Kann ich mal mal leben noch? Danke. Wie kann mich einer retten? Du kennst den Griff nicht? Ja, natürlich. Aber noch nicht in nem Shooter, meine Freunde. Was? Die sind alle notgelandet. Die sind alle tot. Nein, ich bin tot. Scheiße. Ja, ja. Nicht abheben. Komm zurück, du Pinner. Nein, der stürzt ab. Wie einer im Chat schreibt Promoted. Wir sind alle notgelandet. Alle notgelandet. Jetzt schon. Oh, fuck. Eine Sekunde zu spät. Dann jetzt zu A. Oder so. Oh, ja. B. Ja, B. Ja, B geht auch. Irgendwo jetzt. Ich jump hinter dir her. Nein. Muss nicht. Du hast doch den Fallschirm vergessen. Nein. Scheiße. Ich bin weiter gestorben. Oh, Gott. Äh, Daru? Äh, Bill? Ja. Habe ich gleich. Ich muss mich nur richtig drehen. Ja, gleich ist gut. Lass dir Zeit. Ach, wenn ich gedrückt halte, kommt dieses Schulding. Dann kommt dieses Menü. Ach, das. Ja. Ja, ja. Du musst trotzdem eine Kugel gedrückt halten. Und dann markiert der das automatisch. Ja, ich hatte jetzt so lange drüber, dass wir das Rad gekommen. Deswegen muss ich jetzt nicht. Ich krieg nicht. Oder wer auch mal lässt. Soll ich erst mal auf die Fen stellen? Habe ich. Du drückst die ganze falsche Taste. Was ist das? Hier. Medipack, Daru. Bleib stehen. Oh, nein. Hier. Oh, der.. Oh, der.. Wollte das aufheben? Nein. Nee nee. A? Alter, schieß doch nicht einfach! Okay, zu A. Dauert ein bisschen. Ich glaub, das geht uns allen so. Links, links, unten in der Garage drin. Voll gesehen. Kann aufheben noch schnell? Da ist, werden die Raketen gefeuert. Da fängt der T-Shirt aber schon wieder an, wenn wir- NEIN! Nicht einer! Nein! Geht mal Dicken! Wie soll ich Dicken bleiben? Oh shit! Ja, den kannst du Knicken! Ich... Fünf... 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 Ja Leute, wir sind wieder auf uns gestellt hier. Spielen alleine erstmal, aber das ist ja kein Problem. Denn wir haben sowieso gerade alles, nicht ganz alles angenommen. Wir verlieren B, deswegen rennen wir wieder zu B. So, wollen wir B mal einnehmen. Guck mal, wir können auch hier auf den Feuerlöscher schießen. Guck mal, dann ist das alles so, ist auch schön. Ja, also mir gefällt das hier richtig, richtig gut. Äh, auch wenn unser TS-Shirt die ganze Zeit abschmiert, weil... Alter, das ist einfach... Weißt du... Vorher die ganzen zwei Wochen nix passiert. Und jetzt... Ist einfach, äh, scheiße. So, ich versuch mal hier zu C jetzt zu kommen. Hier hoch. Guck mal, ob das jetzt klappt. Also manchmal irgendwie hab ich das Gefühl, klappt das jetzt so. Ja, hat funktioniert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung, Mann. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Nein, ich wurde gemestert, ey. Das gibt's doch nicht. Scheiße, hab ich nicht aufgepasst. Alter, dieser komische Bug, ne? Dass man da nicht mehr... Oh, das ist das. und hier ist irgendwas wieder bei uns hallo ja kommt dann halt, oh wann welcher Wichser hat mir den Kill geklaut, oh man ach scheiße ich bin tot alle wieder da die Funkverbindung ist wieder schrecklich ja die ist sehr schrecklich die ist sehr schrecklich ja wir beide sind da aber ich glaube der kackt gleich wieder ab ich glaube der Host ist irgendwie im Arsch wer auch immer das nochmal von uns ist momentan fängt er sich gerade ja das ist die ganzen letzten zwei Wochen hat es ohne Probleme funktioniert kaum ist viel draußen, alles im Arsch da musste die Leistung andersweilig genutzt werden oh das ist ein Panzer oh verleimt es ist direkt eine Granate oh Gott oh scheiße direkt mal abgenippelt wo ist der Basti einfach jetzt raus oder was na ich glaube wenn du zu oft versuchst aus TeamSpeak zu connecten mit diesem Auto reconnect sagt er irgendwann ja hier maximale Versuche gemacht und dann macht er es halt nicht mehr, wir müssen es manuell machen ab nach oben wo läuft der Basti eigentlich gerade rum, ist der tot? ich bin wieder auf der falschen Seite gewesen ach man da komm ich nie klar mit ey hab ihn noch einer links noch zwei links einen hab ich hab den anderen nicht lange ich kann ihn nicht wiederbeleben ich kann wiederbeleben ich seh grad keinen noch gegenüber noch gegenüber geschossen, ich hab mal die Granate hin da komm auch zu koch zwei Leute ah hier kann ich auch wieder da hast du eingenommen? hier sind so viele Gegner noch auf der anderen Seite noch haben wir es noch haben wir es ich glaube wir können noch spawnen fünf Sekunden können sie hinkommen mal oben spawnen ich bin oben haben wir oh, entschuldigung was nehmen wir denn jetzt ein? ich tippe mal auf A ja ist da ein Heli hier raus? oh, alle in Heli komm schon ja, nein nein, ich bin aus dem Heli ausgestiegen nein scheiße dann müsste ich zu A irgendwie runterspringen wir sind grad an E dran, deswegen hab ich ganz kurz auf E geswitcht komm jetzt von hinten bei A ran und geb ich dir mal lieber A oh shit, hier sind grad zwei Leute gespawnt direkt vor mir klasse, super, toll ich versuche noch bei Kalimor zu spawnen ich hoffe er überlebt noch kurz ah fuck also bei mir funktioniert das Spawnscreen jetzt nicht mehr ich muss jetzt immer zweimal escape durch immer zweimal escape, genau das hatte ich auch das ändert sich erst, wenn das Matchmoy anfängt ihr könnt auch, wenn ihr jetzt mit der Sniper spielt nicht die ganze Zeit zoomen nach ein paar Sekunden haut ihr euch einfach wieder raus toll, okay das hatte ich in der zweiten Runde da wusste ich auch nicht, wo das herkommt aber schön, dass ihr das auch habt aber schön, dass ihr das auch habt der ist liegt da nicht nee also wollen wir nicht irgendwie willst du nicht mal kurz E markieren oder so ich bin grad auf dem Weg nach A hier sind einige so ja, weil wir sind gerade irgendwo anders gespawnt irgendwie Basti ist bei E keine Ahnung wir sind A mit dem Panzer also A ist grad, da gibt's grad Points wo ist grad das Haus eingebrochen? wieso geht meine Frames jetzt grad unter? ne alles gut oh Gott www.inimid-sniper soars am where you are A pro Frames musst du heute nochmal was einstellen genau das wollte ich an okay A haben wir ich gebe euch direkt war ich denn gestorben? hä? ich komm nicht mehr aus meinem Dings raus ich bin auch noch im Spiel drin ich leb noch aber ich komm nicht mehr Ich komme nicht mehr zu mir hin. Ich bin jetzt auf Deploy. Hä? Das geht nicht. Wie meinst du genau? Also ich bin kurz in meine Option gegangen. Bin mit Escape raus. Auf einmal bin ich auf dem Deploy-Fenster. Wo ich die Map sehe. Und komme aber nicht mehr zu meinem Spieler hin. Wo stehst du denn gerade? Bei E. An der Flagge. Ich tipp mich kurz selber dann einfach. Ja, jetzt geht's. Crazy. Ja, wir haben sowieso. Oder? Ne, was ist denn jetzt passiert? D hatten wir eingenommen gerade. Ich habe jetzt D markiert. So, ich bin wieder gespawnt. Sind hier aber welche? Bei D? Auf jeden Fall steht ein Panzer unter der Brücke. Ja. Oh, verdammt. Der kommt jetzt. Zu E. Dann auf dem Weg nach E. Das spawnen sie gerade immer noch. Oh, der Panzer ist auch noch da. Nee, und nicht mehr. Dann haben wir den Laden kaputt geschossen. Ja, zwei Panzer. Scheiße. Ach, Mann, ey. Basti kann wirklich gerne wiederkommen, aber ich kann ihm leider im Chat nicht Bescheid sagen, weil... Er müsste ja rausgehen jetzt aus dem... Also, er müsste am Desktop taben. Ach stimmt. Ja, der kippt... Ja, der hält noch. Jetzt. Jetzt schlusser. Oh, shit. Oh, shit. Bam. Krass. Ist schon, ist schon geil. Wenn die Framestyle jetzt nicht noch so runtergehen würde. Ich bin mal gespannt, was sich auf anderen Maps einfallen lassen. Und Basti kämpft die ganze Zeit weiter. Alle gucken. So, ich bin... Scheiße, ich bin leider abgenült. Bom, bei mir können wir eh einen nehmen. Ah, ich bin schon wieder... Muss man wieder doppelt Escape drücken. Äh, ja. Ah ja, zwei Tanks da unten, ne? E scheint echt fast leer zu sein. Oh, es geht schon wieder los. Oh, es geht schon wieder los. Ich habe keine Muni mehr. Ja, erster Knife Kill. Wee. Wie kann ich denn jetzt hier die Waffe wechseln? Okay, jetzt bin ich Recon. Oh, verdammt. Jetzt bin ich tot. Shit. 25, 13. Ja, jetzt sieht es doch mal richtig gut aus hier, Leute. Also... Damit kann ich leben. Ich glaube, wir machen auch nach der Runde mal eine kurze Aufnahmepause. Ich bin wieder einsiedelt, dass die Verve unsicher wäre. Geht mir, dass die Arme aus dem 5,000 auf dem Platz ist. Ich habe ihn auf dem Platz. Ich habe einen Augenblick auf den Sniper, in der Westen der Position. Oh Oh Ich glaube wir müssen mal nach der Runde eine Aufnahmepause machen und dann mal kurz Ja würde ich auch sagen Ja also ich glaube wir haben noch andere TS-Server irgendwie Von anderen Hosts Oder hat jemand von euch einen TS-Server? Das Ding war gleich schon sicher hin Das klär war dann hier eben nach der Aufnahmepause Wir müssen jetzt gleich zu Ende sein oder? Ja noch 76 Ich glaube das und wir sind gar nicht mal Wir sind eigentlich gut gewesen LOL Wir stehen alle fast da oben Ja Leider bin ich wieder abgenüppelt Nein ich habe auf Einzelfeuer gestellt Scheiße Wann wieder alle down gegangen? Ja Alter ja genau direkt beim Direkt beim Panzer gespawnt Leute fährt einfach weg Hier sind doch hinter uns auch irgendwo Leute Guck mal auf die Map Die oben auf dem Dach? Ja Ja ich sehe sie Was ist diese eine Gun die ich habe Die mit Night Vision Ich habe jetzt diese dritte Klasse genommen Das ist so eine Art kleiner Raketenwerfer? Keine Ahnung Ich glaube ich bin der Kann Ammo werfen Ja ja ich kann Ammo werfen Achso dann bist du Supporter Wenn du Ammo werfen kannst Was ist das für eine Gun die ich habe auf der 3 So eine Special Gun Ich habe das noch nicht gespielt Keine Ahnung Wurde ich gerade wiederbelebt? Ja Der Air Burst Was hat ihn abgestochen? Kann ich ihn wiederbelebt? Ah ne wenn man geneift wurde kann man nicht wiederbelebt Ne dann bin ich nicht Ich belebe dich wieder Danke Da darf man auch nicht rechte Maus drücken sonst legt sich ja dann bist du direkt tot Loll der ist mit Oh Wichser Hier war in irgendeinem Fahrstuhl Was machen wir jetzt? 20 Units noch Zu A Ich habe mal markiert Loll wo ist das von hinten? Oh von da oben auf diesem kleinen Häuschen da Liegt da Da hat aber auch ne schöne Posi gehabt Da guckt ja kein Mensch hin weil die eigentlich voll dumm ist Was ist das schon gewesen? Bei mir kommt nämlich nichts mehr Ne bei mir ist alles Lol wo bin ich denn jetzt? Jetzt 13, 13 Ressources Ich spawne mal im Heli Spring direkt raus Wichser Süß Musik Loll Alter direkt ungedietet Ich glaube das ist die Wir haben gewonnen 8 zu 220 sieht gut aus Ja Nice Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von der Battlefield 4 Beta wieder, macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss Ciao